Wir müssen noch das Tiefenmodul 3 machen. Hallo? So. Kannst du... Ah toll, jetzt hat er den gesammelt. Oh, was ist denn der Held? Das ist mir jetzt auch egal. Das ist ungerade. Ähm. Also wir haben noch zwei Sachen zu machen. Ich hoffe, ich gehe nicht drauf. Ne, der parkt super. Der lädt sich hier auf. Ähm. Wenn wir das Tiefenmodul nämlich nicht haben, dann bringt uns das gar nichts mit dem Zyklopen runterzufahren. Ich hoffe, ich habe genug davon. Ein Cure Need. Ein Cure Need fehlt uns. Das gibt es auch gar nicht. Ein einzelnes blödes Cure Need fehlt uns. Echt? Ich habe drei, sagst du? Oder ich habe... Oder ich war nicht dumm. Oh, Skull, du bist der Beste. Uh. Äh, was habe ich noch dazu gebraucht? Plaststahl. Danke, ich weiß. Okay, jetzt bist du es nicht mehr. So. Okay. Du bist es. Mach dir mal keinen Kopf. So. Ja, es ist heiß. Ich weiß. Geh hoch. Danke. Ja, ich kann... Ich kann es mir jetzt auch nicht aussuchen. Ich habe was vergessen. Ich habe das Tauchmodul vergessen. Wir hatten nämlich zwei... Ich hatte ja zwei hergestellt. Ähm... Ähm... So. Jetzt wird es aber. Let's fett, Diggi. So. So. Jetzt mal so. Wir essen die beiden. Das... Schmeißen wir rein. Eine nehmen wir noch mit. Oh. Das letzte Stück. Das letzte Puzzleteil. Okay. Ich denke, das war das letzte Puzzleteil jetzt. So. Der kann jetzt auch bis Fullend tauchen wahrscheinlich. Jo. Eins, sieben. Heide Witzko. Gehle. Okay. Eine nehme ich immer mit. Okay. Hat sich aufgeladen. Ist auf 100. Los geht's. Das schaffen wir nochmal. Ähm... Das war hier vorne, genau. Ah, Moment mal. Einfach zum Flair. Und damit wir besser was sehen. Wir sonnieren mal ein bisschen, damit wir nirgendwo andotzen. Perfekt. Gibt es einen Shortcut? Nee. Okay. Jetzt gehen wir mal tief runter und gucken mal, was wir so finden. Ein Schutzschildgenerator haben wir. Gespeichert haben wir. Let's fetz aller. Der Twin ist ja schon nicht mehr da. Der ist schon pennen gegangen anscheinend. Aiuiuiuiuiui... Das wird lustig. Ja. Ich hab's anscheinend verpasst. Oh, das tut mir so leid. Ich behandle meine Mods nicht gut. Ich bin so ein furchtbarer Mensch. Jetzt stürzt der Rechner ab. Pass auf. Genau, das geht da hinten runter. Wir nehmen die ganze Kurve mit. Indeed. Computer müde. Computer geht schlafen. Twin ist kein Computer, okay. Und Thunder Stardust. Negative Energy, nope. Ich hab den Jan und den Vin Selly. Beide. Aber der Jan ist ja kein Mod. Aber Jan war mal Mod. Au. Au. Ja, du. School. Wir sind auf 1100 erst. Verpiss dich. Ja, du. Ist cool. Okay, Moment. Ich dürfte jetzt noch ein bisschen tiefer sinken. Warte, er lädt sich hier auf? Das würde mich jetzt interessieren, weil es gesagt wurde, er lädt sich auf. Ja. Tatsache. Vor uns ist jetzt erstmal nix, ne? Ja, den Drachen töten wir ja nicht. Wie wir ja gelernt haben, geht das jetzt nicht mehr. Okay, also die hängen sich echt überall dran, die Viecher. Das nächste hängt sogar schon dran, ha? Da ist noch eins. Kann man den nicht irgendwie anders töten? Gibt es nicht irgendwie so ein Schocknetz, das man ausführen kann? Wenn wir mal wieder eine vor uns haben, dann machen wir das. Okay, es geht tiefer. Es kommen immer mehr von diesen Viechern. Also hier drüben soll es irgendwo einen Weg runter geben, gell? Alter. Da hinten schwimmt was. Da hinten schwimmt was. Nee, Lava Castle waren wir nicht. Also ich suche das Lava Castle. Da vor uns ist schon mal einer. Ich ziehe mich mal ein bisserle zurück. Okay. Jetzt will ich es sehen. Yo. Geile Idee, danke für den Tipp. Okay. Ich will mich nur ein bisschen aufladen und dann gucken. Dann links. Alles klar. Der scheint uns nicht gesehen zu haben. Hier haben wir Kyanid ohne Ende. Ein Lava Castle. Ich habe keine Ahnung, was das Lava Castle sein soll. Das Ding mag uns besonders nicht. Das Ding mag uns besonders nicht. Da hinten ist irgendeine Erhebung. Also muss man tatsächlich höher. Aber ich glaube, ich sehe schon, was du meinst. Das sieht schwer danach aus. Meine Energie. Ich weiß. Meine Energie lädt sich aber auch hier auf. Okay, also da, wo der Seadragon schwimmt. Könnte ich theoretisch... Warte mal. Also da vorne. Okay. Ich fülle mal ein bisschen ran. Vielleicht nicht zu nah. Weil wenn der sich einmal... Also da drinnen schätze ich mal, ne. Ich fahre mal ein bisschen rückwärts. Und werde es mit meinem Kumpel versuchen. Da muss ich natürlich ganz runter. Ich glaube, mit der Motte... Äh, mit der Motte, mit dem Kollegen komme ich schneller voran. Ähm. Au. Ja, ne. Ja, ne. Warte mal. So, dass es passt. Dass ich halt auch wieder hochkomme, ne. Das ist halt... Das ist halt so ein Uppermat. Okay. Kurzer... Nein. Kurzer Scan. Jo. Wir sind eigentlich direkt davor. Das Vieh ist nirgendwo. Okay. Motoren können anbleiben. Das lädt sich ja auf. Die laden sich auf. Puh. Okay. Danke. Viel Glück ist schon mal die richtige Antwort. Ich warte nur auf seinen Schrei. Ich versuche das so ein bisschen abzuschätzen. Wo er gerade ist. Laufen wir in die richtige Richtung? Ja. Ja. Irgendwo hier ist er. Hier hoch wahrscheinlich, oder? Da oben ist er ja. Oh, du bist so wunderschön. Aber du bist so scheiße gefährlich. Kann ich das Licht ausmachen? Ja, komm in einem Stück zurück. Sagt sich so leicht, ne. Moment, vielleicht ist es nicht die klügste Idee, von hier ranzugehen. Was ist denn eher von hier? Holzkopf, bleib du eher am Leben. Könnte wie gesagt gleich angreifen, dann bin ich Matsche. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Kann das sein? Achso. Man hat einen typischen Alien-Eingang. Ja gut, dann. Okay. Ja, ist ja gut, Buddy. Diese Viecher sind super aggressiv, wie wir ja schon festgestellt haben. Ich würde versuchen, ihn ein bisschen zu ärgern dann. Naja. Ich wollte da anscheinend irgendwas anderes hoch. Oh, da hinten. Fuck. Ich stürze ab. Oh oh. Ich überseh mich. Ich überseh mich. Oh oh. War ja klar. Aua. Carry mich. Du Sau. Ich bin der Reiter. Nein. Fuck. Jetzt wär's geil gewesen. Okay. Er versucht's. Er soll mal näher kommen. Kann ich mich an den dranhängen? Oh. Ich glaub, ich bin ihm egal geworden. Nein. Er sucht nach mir. Ja, ja. Beruhig dich mal. Au. Okay, aber er tut nicht so viel weh, wie ich dachte. Hier sind Warper. Oh nein. Warper sind das Schlimmste, was jetzt passieren kann. Er sucht mich. Oh, fuck. Er brüllt nur. Aber er ist wunderschön. Sorry, das muss man einfach sagen. Ist wahrscheinlich einer der geilsten, designtesten Monster, die es hier so gibt. An einer Seite sagst du. Ich suche den halt noch immer, den Eingang. Siehst du, Skull? Ich hab dir gesagt. Ich hab dir gesagt. Heute, heute mach heiß. Heute geh ich runter. Oh. Woher kam das denn jetzt? Oh nein. Einer Seite gibt's einen typischen Eingang. Hat er gesagt. Muss ein bisschen mehr mit dem Gas geben. Weiter oben. Ach so. Okay, okay. Ich hab dich missverstanden. Aber ja, man kann hier auch sogar hochlaufen. Krass. Ja, ja, beruhig dich. Ah, ich hab den Eingang. GG. Was ist das? Was ist das? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018